ein bisschen angeschlagen sind wir wir haben aber nur wenig zum heilen sagen wir es mal so weil ja nie diese gelben flüssigen dinger kommen defekte pistole haben aber lohnt sich das für die pistole gibt es später noch waffen wo sich das mehr lohnt ich weiß es nicht eine fress ich mal eben so hat aber nicht wirklich was gebracht oder blutflecken darum sind schon mal weg ja 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 Ich weiß nicht, das ist ein Passwort, richtig? Ich weiß nicht, 0814. Nein, 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 nein! 0621. Nein, 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 nein. 0514. Oh, come on. Take a chance. You never know. Wie war das erste Passwort, Kuhn? Na ja, gut. Hätte ich mir aber auch denken können, oder? Ha, scheiße. Oh, yeah. Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt die ganze Scheiße nochmal machen. Careful now! They fight back! I know. Fuckin' Passwort, right? Hmm. Why don't you try 0814? No, 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 no. 0621. No, 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 no. 0621. No, 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 no. It's 0514. Oh, come on. Take a chance. You never know. No... They DIE empowered. Tick tock. 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 I need to find the password. Das heißt, es muss ja irgendwo schon mal aufgetaucht sein. Also irgendwo muss man die Zahl ja schon mal gelesen haben dann. Ja, 1980 an dem Bild. Ja, habe ich auch gerade schon gedacht. Das war April 1980. Dann einfach mal versuchen. Okay. Okay. Na dann. Irgendwas passiert jetzt wieder hier. Was ist das denn? Oh, flüssige Chemie. Oh Mann. Ich wollte erst drauf schießen. Ich Esel, echt. Aber wir haben eine flüssige Chemikalie bekommen. Und am Schrank ist nichts. Okay. Ja, ist jetzt immer so die Frage, ne? Auf schießen oder auf? Oh, komm ey. Scheiße. Oh. Oh, schön, ey. Das ist halt die Frage, ey. Ja, komm. Vier Heilmittel ist besser, glaube ich. Sonst messere ich mich zur Not hier durch. Scheiße drauf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! Oh, meine Güte, ey. Sand bei dem einen Bilderrahm drauf. Ah ja, stimmt. Stand ja hinten drauf, ne? Ja, April 1980. Zedrick, du lässt nach, Junge. Ach, ja. Das habe ich auch gesehen. Kommt gleich oben. So ein dickes Monster. Da muss man in den Fahrstuhl rein. Oh, 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 oh. Alter Schwede. Was ist hier denn los? Kann ich hier aufstehen? Ja, ne? Ja, ne? Scheiße. Ah, ne antike Winzer hat sie halt auch gelohnt, ey. Super. Oh, steril. Maximale Gesundheit. Na, das ist doch schon nett, oder? Das ist nur so eine Abstände, die man sich spart, wenn man das zweimal durchführt. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ha Männer oh fuck fuck ah ah alter spiel was sieht der denn aus man schade das ist nichts droppen wenn die down gehen aber schon ein bisschen too much jetzt hoffentlich ist hier was lootbares weil sonst ich bin nicht am Arsch gleich ein kraut super cheese pulver ok das bringt mir aber nicht wirklich was sieht schon so nach boss aus oder also das ist auch so prädestiniert eigentlich aber noch ein safe room haha ja da haben wir drei flint munition oben drauf wollen wir mal eben speichern aber das wundert mich dass wir so wenig flüssige chemikalien kriegen weil kommt ja fast nichts mehr zerdrigt for choice du verjagst die zuschauer hier es waren kurzzeitig sogar mal 15 ähm ja gespeichert haben wir den granatenwerfer kann ich mitnehmen das ist doch eine geile idee oder reparatursitz können wir auch erstmal einladen die antike münze äh münze äh ja das tape können wir einladen und den granatenwerfer ähm oh quatsch wo ist er hin da rüber rüber genau so dann müssen wir noch die flammengranaten rüber rüber wie da wart ihr vor ein paar stunden auch schon hehehe ja hier laden wir mal eben nach das ist alles in Ordnung das ist alles in Ordnung das ist alles in Ordnung also da ist der Fahrstuhl das ist eine Sprengfalle glaube ich ähm starke Flüssigkeit passen nuder das ist alles in Ordnung das ist alles passat zu lassen wir mal alle Batterie. Okay. Oh man, fuck. Egal. Wir werden auch als stabil angezeigt. Also alles I.O. Hm. Ja, mal eben so ein bisschen Muni aufgefüllt, wa? Müssen wir gleich nur den Kampf überleben. Ja. 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 Sicher, sicher. Ich fress mal ein Kraut. So. Pillen. Pillen sind immer gut. Oh, flüssige Chemikalien. Sehr schön. 14.08. Okay, das müssen wir uns mehr haben, auf jeden Fall. 14.08. Stairs. Well, then. Ah, jetzt sind wir hier. 14.08. Okay, siehste. Oh, ach, die Bombe habe ich Gott sei Dank. Flüssige Chemikalien. Ja. Eine haben wir. Muni, oder? Oder was haben wir denn an Muni? Also, den können wir einmal nachladen. Da haben wir gar keine mehr. Ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen Muni mit. Besser ist das, glaube ich. Achso, das geht gar nicht. Ah, na toll. Apfel, nee, danke. Ich hätte ja nämlich lieber ein Heilmittel mit. Bei 10.08 war das, ne? Das meinst du also, Thomas. Du musst jetzt wirklich alles wegpacken. Du musst jetzt wirklich alles wegpacken. Schieb dir das Messer doch in den Arsch, dann merkt das keiner. Ja, ich mag diese Puppe irgendwie nicht. Haben wir jetzt das gleiche Rätsel nochmal? Nein, nee, oder? Nee, ich würde dir nicht vorstellen. Lacht euch bestimmt gerade ins Fäustchen. Schon wisst, was passieren wird. Warum geht das nicht? Hm? All right, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. Language. Even in the building somewhere. I think. I'm not sure anymore. nicht mehr. Ah, okay. Ich darf... Ah, okay. Ich verstehe schon. Wenn ich jetzt nämlich... Wenn ich jetzt nämlich den Ballon an diesem Gastteil dran halte, dann bringe ich mich ja quasi selber um, oder? Okay. Jo, danke nochmal für den Tipp. Das konnte ich mir Gott sei Dank noch selber merken. Ah, okay. Jetzt macht das doch alles Sinn, weil hätte ich jetzt nämlich das Drehschräubchen genommen, dann hätte ich mich wieder selbst in der Luft gejagt. Ah, okay. Ich musste also einige Sachen jetzt vermeiden und das Tape hat mir jetzt halt den Hinweis gegeben, dass ich das nicht machen soll. Ja, gut. Ja, genau. Was wegging, könnte man da jetzt nicht. Also... Motherfucker! You're supposed to die! Ja. Ah! That was supposed to be for you, goddammit! Muss ich noch irgendwas mitnehmen von hier? Nee, oder? Hell, bitch! Wo, who are you? Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hooray! Well now, Ethan! The fuck do you want? You? Dead? Ha, ha, ha. Guess I smell the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you- Oh, fuh, fuh, fuh. Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Dick. Ja, Thomas, du freust dich gerade wieder innerlich so, ne? So, was steht da? Karte des Versuchsgeländes. Okay, das ist schön. Wollen wir erstmal speichern. Speichern ist immer gut. Andere werden wahrscheinlich in der Zeit, wo ich hier jetzt rumgammel, äh, schon zehnmal durch, aber... So ist los, ne? So. Ah ja, stimmt. Ich muss erstmal die ganze Sache wieder reinholen. Ja, was müssen wir denn alles mitnehmen hier? Waffen sind alle dabei, das Messer noch, ne? Beste Hilfe, Pistolenmoney, Brennstoff. Wirst du Dietrich noch mitnehmen? Messer, Starke. Pff, okay. Äh, die Puppe können wir, glaub ich, wieder weglegen. Müssen wir die D-Serien sich schon mitnehmen, ne, oder? Ey, lass ich auch daheim. Joa. Und wir brauchen die Kurbel, glaub ich. Pistolenmoney. Und wir brauchen die Kurbel, glaub ich. Oh, eindeutig brauchen wir die... Und? Ich glaube... Dann kommen bestimmt die kleinen Viecher wieder, diese Bugs. Dann holen wir mal eben die Kurbel, ja? Nein, Waldemar, du sollst hier keinen kurbeln. Wir holen jetzt die Kurbel. Ja, das hab ich nicht gelesen, Thomas. So. So. Kurbel. Willkommen zurück, Cedric. Cipuccino, also... Was hast du da? Cipuccino. Achso. Ich komm bei mir. Okay. Na komm. Wolltest du eigentlich schrubben? Ja, dann mach ne Cam an. Und... Und dann schrubbt ihr ein. Wo sind wir hier eigentlich? Es lädt. Wenn es lädt, ist es immer schlecht für mich. Ähm... Ich muss mal eben... Oh, ich hab die D-Serie hier noch drinne. Flintenmoney. Da geht mir wirklich mein Herz auf. Flinte ist immer gut. Haut schön ran. Wow! Na! Was denn da drin? Oh! Flüssig! Oh Flintenmoney. So geil! Pistolenmoney. Ein Traum! Ein Traum. So. So. Ich glaube wir fressen mal... Obwohl... Nö. Diesmal fressen wir nichts. Sondern... Wir duschen. Schön auf die Handwunde. Die angenähte Hand. Eigentlich müsste das doch ein Mutant sein, oder? So. Ja, wahrscheinlich wurde der getriggert, wenn man hier hinläuft. Aber eigentlich müsste der triggern, wenn man die Kurbel benutzt wahrscheinlich. nicht. Also das... Äh... Unsere Freunde! Äh... Unsere letzte Muni. Okay. Das sieht keine gute Idee aus. Naja. Komm, noch zwei. Ne. Das spiel ich nicht mit. Was läuft der denn? Hat der einen Stock im Arsch? Warum läuft der denn so lahmarschig jetzt? Ah! Oof, bitch.